Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Resident Evil Village. So, ich habe die Qualität noch ein ganz kleines bisschen runter gemacht, weil ich glaube, weil die Webcam und alles, das Codierungsfehler, pipapo, ähm, man muss nicht alles auf Ultra haben, ich habe jetzt so auf. Das dann. Okay. So, wir gehen jetzt hier lang. Boing. Ich meine, das sieht ja auch immer noch gut aus. Ich habe jetzt nicht auf hoch 6 Gigabyte, sondern auf hoch 2 Gigabyte. Oh, Gott. Hi. Gefrorene Klamotten. Steinhart. Ein ganz normales Pony hat man immer so im Garten liegen. Ein Teppich zum Trocknen. ah ja ging ja auch einfach so kann ich darüber treten wofür der anschlag bin so kann ich hier rein kann ich hier rein okay gehen wir erstmal hier rein glaubt dass kleiner aus hier katzen die papa vielleicht kommen hier 100 katzen angetanzt wahrscheinlich da war doch jemand oder hallo hallo kann gar nicht weil hier ist nicht hier im brunnen hallo aber da war ja noch eine andere tür gehen wir in die andere tür rein mal gucken was da so ist warmes essen irgendjemand isst hier und kocht kocht hier ein schönes bauensalat dieses schloss ließe sich leicht knacken ja los knacken knacken gibt es ja keine idee michael krieg ich jetzt auch nix blut verschmiert alles da würde ich mich gar nicht rein legen wollen na gut gehen wir da wieder war da gerade nicht irgendwas hier hier so wenn ich überhaupt schon hier irgendwas großartig machen also da geht es jetzt durch hier geht es jetzt lang habe ich eine karte wird durchsucht okay hier waren wir drinnen hier können wir jetzt also wir können jetzt hier wieder rein kann ich hier irgendwie gerade bewegen achso so ah mit mittleren maustaste okay äh hier da waren wir da haben wir sogar vollständig erkundet kannst du mal sehen und da sind wir lang ich glaube hier ist auch noch ein weg kann auch sein hier so so wir gehen jetzt hier die gebäude ab also ich gehe jetzt erstmal hier rein also ich gebe mir doch wenigstens mal irgendwie weiß ich nicht ein Baseballschläger falls falls hier so ein Wolf angreift aber das zum Beispiel kann ich mich im Schrank verschenken hallo warum ist hier überall Blut was hat das hier verloren hey Wolves hatte auch so einen das Hoppelbaby hohoho hier ist auch schon wieder so ein komisches Zeichen so und das ist jetzt vollständig durchsucht aha hier ist gar nichts kann ich hier in das 100 Pro ist ja irgendwas im Scheißhauf Scheißhauf ein Scheißhaus ein Dixi Klo ja ja blöde Raben geht euch ja hängen do not enter hier geht es nicht rein zu drüben verboten da braucht man einen Schlüsselflieger oder eine Brüchstange oder ein Schrotgewehr hier mal gucken hier steht steht einer auf SM warum liegt hier Stroh kannst du es mir sagen warum liegt hier Stroh ist auch wieder so ein Häuschen aber ist nur Müll okay hier hier waren wir jetzt ja dann hier hinten jetzt hin kann ich auch Markierungen entsetzen nö ne na gut hier waren wir wo ist das Pony das kann auch nicht einfach weg gegalopiert sein hä da war ein Pony es ist hier jetzt einfach so gemütlich lang skaloppiert was ist das denn hier guck mal mit Zunge wie auch müssen wir mit der Zunge äh mit der Ziege rumlecken steckt mein Selbstbewusstsein na gut mal den Kicken guck mal hier hätten wir auch noch ein Häuschen ne aber ich geh jetzt hier erstmal weiter da hinten brennt Licht ist das ein Haus eingang na 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 läuft aber besser jetzt ne so mit der Frame mit der Frame so ne hier kommen wir auch wieder nicht rein abgeschlossen natürlich was hier untersuchen verschlossen was ist da drin ein Hühnchen ein Hühnchen das Hühnchen hat er packt guck mal es will zu mir guck mal es will zu mir es will zu mir ja ja komm guck mal was haben wir hier kann ich nicht aufmachen okay hier ist jetzt so lange lange nichts mehr passiert ist gleich bestimmt irgendwas passiert sieht zerbrechlich aus ja mal kaputt mit so einem Kantschlag ein Messer oh yeah kann ich mit dem Messer das kaputt machen oh yeah oh yeah erste Hilfe drücke Tab benutzen Untersuchung wegwerfen manche Dinge können zerstört werden aber nur wahrscheinlich wo steht auch dass es zerbrechlich ist geht mal von außen so eine Flasche zum Beispiel geht nicht sind sie einfach weggelaufen also ich glaube ich esse davon nichts das sieht hingerotzt aus da sind Kartoffeln ich habe doch ein ganzes Messer kann ich gar nicht Kartoffeln schälen hier hinterm Vorhang hallo oh ich will das gar nicht öffnen ich muss ne nicht nicht schießen wer sind sie wer schickt sie niemand wir hatten einen Unfall mit dem Auto was ist denn da wer kommt was war das ihre Waffe was sie haben doch sicher eine Waffe ich habe Messer ich lasse die Kamera mal an oder nehm sie die nehm sie nehm sie hier was war ich da war ich was ist denn da draußen worauf schießt du denn hey haben sie gehört hey tschau mach's gut schick mir in der Postkarte ne ne blutige Postkarte oder was seh nix ich glaube den Jungen gibt es nicht Mist noch mehr Peng okay warte erstmal umdrehen meistens ist ja immer komm ich hier wieder hoch ach das blocken anscheinend ii schlinke Fuß na Kollege guck mal wenn ich ziele dann wird er ganz unscharf untersuchen dem geht's gut der hat nur eine kleine Kopfverletzung mein Ohr juckt was für ein abgefucktes Dorf ist das ich weiß auch nicht was hier abgeht hat der hin hergerollt oh da hinten was ist das mein Ring ist noch dran schießen los jetzt schießen einhändig hab ich getroffen hab ich getroffen weiß auch nicht das war auf jeden Fall daneben gedrückt halten oder dauerstab weg ich swam einfach mal die Taste bei ich muss den Kopf schießen ey das gibt's noch gar weg in der anderen Hand darfst du nicht fressen sonst kann ich nicht schießen bin ich ey ich bin echt nicht gut in sowas ich mach's nach lang wieso gar nicht wieso hält der denn da aus daneben daneben das kann doch nicht angehen ich bin einfach so schlecht in dem Spielgame deine Mutter ist das ein Boss oder so hey da hallo ich hab noch einen Kleinschuss wie willst du das natürlich ja weiß ich auch nicht du drei Schuss finden wir hier drinnen jetzt noch irgendwas was ok da kommen wir nicht durch hat der Opa hier noch irgendwie im Schrank irgendwie was guck mal Bolzenschneider wichtige Objekte finden sie ja unter Tab wichtige Objekte da Bolzenschneider ein Werkzeug vom durchtrennen von Ketten nein nicht meine Ohren nein ja nein nicht meine Ohren nein nicht 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 ah 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 ok wofür brauchen wir den denn hätten wir ja eigentlich nicht gehabt oder wir müssen ah wir müssen sowieso hier durch wahrscheinlich warte mal da müssen wir durch aber guck mal hier ist auch noch so viel guck mal hier hier ist auch noch ein Vorhang geschlossen da ja jetzt auch weiß nicht soll ich nicht hier erstmal so ein bisschen durchsuchen wie die Suppe zum Beispiel oder das Haus zumindest hier vielleicht ist ja hier noch irgendwas Hallo Chemikalien Material Material für die Herstellung Tab Herstellen Herstellen Arznei Ah mit Schießspolde waren rostige Teile kriegen wir Munition 15 Schuss das Kraut jetzt können wir einmal den wiederherstellen Erste Hilfe für und jetzt benutzen wirkt mir jetzt der Finger nach Ja guck mal wie das schon aussieht ne Alles durchsucht alles durchsucht ja gut dann können wir mal hier rein jetzt den Bolzen schneiden nehmen wir ein Familienfoto Hallo Hoppelhase ist in the village Da ist auch irgendwas drin Irgendwas irgendjemand wie auch immer Oh guck mal da in der Hundehütte Hallo Untersuchen Oh ja Munition erstmal nachlassen Da oben stirbt irgendjemand Einige können mit Schränken blockieren Ja blockiere ich mal Will ich da hoch Bin so fett Ich sag doch ich brauch ne Diät Hier oben ist gar nichts Noch ne Chemikalie Ich bring auch nur die Munition Die Weg Kommen Kommen wir jetzt wieder www Wir Warum Gott Können wir jetzt hier einfach nicht durchschießen? Hey du! Hat er eine Axt bei sich? Geh weg! Das ist Torengut! Kann er nur von hier kommen? Ja, ja, geh weg! Zack! In your face, bitch! In your face! In your Schulter! Komm mal von da oben! Kommt da auf! Okay, ich geh mal weiter. Kann ich nicht hier haben die durch? Huiuiuiui! So, hier, frisst Kugeln! Ich hab nur noch fünf Schuss, was ist das Problem? Ey, was machst du denn hier drinnen? Okay, das war's mit Kugeln. Ich nimm das Messer in die Hand! Huiau! Bäh! Steck dich nicht mit deinem Hasen an! Bäh, 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 bäh! Geh weg! Hier, hier, friss! Alter, du bist so hässlich wie meine Mutter, halt! Bäh! 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 Ich hab gesagt, geh weg! Alter, wie halten die denn? Außen bin ich schön! Ah, abgeblockt, Digga! Hier! Alter, der hält aber ganz schön aus, ne? Ihh! Okay, weg! Heuja! Oh, jetzt ist er tot! Oh, was kriegen wir hier? Geld? Haben die mich jetzt in Ruhe gelassen? Ja! Ist das vorbei? Wahrscheinlich nicht. Einer ist jetzt tot. Jetzt ist das Radio wieder an. Puh, was für den Stress, du. Ich weiß nicht, soll man sich dann schon heilen, wenn das so ist? Nee, ne? Ja, ein Kraut fehlt auch. Also, auch wenn ich mich jetzt heilen würde... Ich hab überlebt... Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir! Ich hab überlebt! Loisas Haus, oben beim Acker! Überlebt? Oben! Irgendwo hier oben! Kann ich rauszoomen? Irgendwo hier oben! Sagen wir mal hier so! Ich hab überlebt! Okay, ich glaube, ich kann jetzt raus, ne? Er ist ja weg! Oh, stell dir mal vor, ich hätte das nicht gemacht! Wo jetzt hin? Äh, in das Haus? Einfach mal links daneben? Das ist nicht links, ne? Ich hab nur mein Messer, ey! Zack! Von der anderen Seite verschossen, okay, alles klar! Alter, wie viel die aushalten, bitteschön! Wo muss ich denn hier? Oh, das wird auch wieder so ein Spiel, wo ich die ganze Zeit die Karte auch anklicken werde, ne? Das heißt, hier kann ich jetzt aufmachen, ne? Hm, ein Triegel, yeah! Da liegt ein Schuh! Ansonsten? Ne, ein Kraut! Gleich mal Dings herstellen hier! Ja, das ist mal ein Ding! Äh, guck mal, da oben! Ich hab dich genau gesehen, Kollege! Kann ich hier was vorschieben wieder? Hier, erstmal zumachen! Was ist das? Schießpulver! Öffnen! Was ist das? Personen Munition! Oh, was ist das denn? Ein Gewehr! Warte mal, Gewehr! Gehau! Ansonsten! Munition! Kraut! Ist hier noch was? Da liegt noch was! Hier ist auch noch was! Hier ist auch noch was! Mehl? Die sind voll Mehl! Okay! Schick mal mal weg, ne? Tschau, Leute! Rühschuss habe ich mit dem! Nur zwei Schuss! Okay, nehme ich mal eben die zwei, lade die schon mal nach! Ey, Mann, die sollen die andere brauchen! Puh! Oh! Jawoll! Wo kommen die ganzen Kücher? Da ist kein Ende! Oh, da ist Geld! Da ist Geld! Da muss ich kein einsammeln! Warte! Schießpulver! Warte mal! Warte mal! Erstmal durcharmen! Schießpulver! Können wir noch nicht herstellen, oder? Weil uns fehlen zwei Reste, okay! Ich bin weg, Leute! Tschau! Das bringt uns leider gar nichts! Uiuiui! Ich renne mal wieder um! Äh, lass mich mal auf die Karte gucken, wo ich hinrenne! Äh, wir rennen mal hier so nach oben, oder? Oh, tschau, Leute! Oh, da muss ich aber ganz schnell los! Uiuiuiui! Schön auf die Wunde! Oh, da macht's Boom! Warte mal! Da kann er's Boom machen! Puh! Jawoll! Unkristallinierender Schädel! Und läuft man nicht, ne? Oh, warte mal! Aber ich hab jetzt Munition gekriegt! Hier! Zack! 15 Schuss! Erstmal nachladen! Was ist hier? Untersuchen! Verschlossen! Ich komm da nicht rein! Äh! Hier! Komm ich auch nicht rein! Äh! Weg! 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 Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ich muss nachladen! Wo muss ich denn hier hin? Ich immer hier hoch. Weg! Weiß nicht, ob das was bringt, die anzuschießen. Ich hab ernst. Äh, ne, ne, nå, was ist denn da los? Aute, führ zu! So. Gehen wir mal über aufmachen. Ein bisschen Munition. Was ist denn da draußen los? Oh, vier Schrocken. Was ist hier? Oh, hier. Hier kann ich Buben gleich machen. Wenn die reinkommen. Soll ich jetzt schon mal Buben machen? Ich weiß nicht, ob das ist. Lohnt sich denn? Boom. Uiuiuiuiuiui. Was das denn für ein Digger? Oh, baby, baby. Ich muss hier los. Baby, ich muss hier meilen. Ganz schnell los. Wo soll ich denn hier hin rennen? Wo soll ich denn hier hin rennen? So, Kollegen. Bam. In your face, bitch. Bam. In your face, bitch. Schau, bam, in your face. Schießpulver, hallo. Bam, in your face. Oh, er lädt noch. Jui, oh, ah! Die Sonne wiederherstellt. Ich mach mal ganz lang los. Alter, dieser Dicke, ne? Den krieg ich noch niemals. Never krieg ich den Tod. Huh, und schon gar nicht mit. Zehn Schuss. Oh, hier ist auch nix. Oh, wo war ich denn hierhin? Hilfe, Schweine, Hilfe. Oh, was ist denn hier, Dinger? Ich muss hier mal irgendwie dran vorbei. Ich kann gar nicht spielen. Ja, voll in mein Bein, rein, voll in mein Bein, au, au, mein Bein, mein Bein. Au, 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 au. Aber bin ich jetzt tot? Nein, lass mich los, lass mich los. Oh, ihr habt verloren. Ich versuche noch wegzukriechen. Da kommt einer mit dem Pony an. Da kommen zwei Leute mit dem Pony an. Äh, da, da, da trägt einen Menschen mit dem Pony an. Das ist aber auch. Na, du? Das hat so mal gehochen. Äh. Stinkst. Oh, Gandalf ist auch da. Okay, ist nützlich. Ich muss mich schwenken. Ich muss mich schwenken. Ich muss hier nicht sein. Ich kann gehen. Hi. Na? Guck mir hier nicht an. Ich bin nur ein kleines Hähnchen. Was jetzt? Weil ich n Hähnchen bin. Weil ich n Hähnchen bin. Deswegen hat er mich in Ruhe gelassen. Erstmal, ich, äh, 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 meine Finger sieht aus. Und ich, ich habe auch noch ein Loch, ein Bein. Ja, sieht nicht gesund aus. Das sieht einfach nicht gesund aus. Wo habe ich den verwattet denn der? Halt, w-warten. Oh, drei Finger. Zähl mal bis fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, hallo. Warten Sie mal. Brennt hier alles. Guck mal, hier liegt noch was. Schemikal hier. Hier brennt einfach alles. Guck mal, ich habe hier alles durchsucht. Vollständig erkundet. Okay, wo ist sie jetzt lang? Äh. Da oben lang ist sie, ne? Hier ist sie so. Kriech, kriech, kriech. Brenn hier rein? Nee, hier drin waren wir. Nee, hier drin waren wir noch nicht. Aber jetzt waren wir hier drin. Ist doch klar, hier waren wir schon. Ja, 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 ja. Und da. Haja. Habe ich eben übersehen. Jetzt bin ich auch hier wieder. Muss die Oma hier lang? Die Oma ist hier wahrscheinlich lang, oder? Nee. Hä? Hä? Orientierung verloren. Keine Ahnung. Ich bin der Meinung. Nee, da hinten ist die Oma lang. Beim roten Tor. Das Tor war ja vorhin auch zu, ne? Komm ich da rein? Da ist die Oma. Hallo, Oma. Ich bin der Oma. Im Leben wie im Tod reisen wir. Hallo. Es ist gefährlich. Draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja. Sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Was ist mit der denn los? Ich nehm keinen Apfel von dir aus. Das hat sie jetzt zugemacht. Nach Rose suchen. Warum hast du denn zu? So, mal gucken, was wir hier haben. Hier ist schon wieder dieses eigene Bild. Dieses da. Nein. Dieses... Nein. Das da. Also das da, ne? Da, wo meine Spitzen zeigen. Da. Mhm. Mhm. Also hier geht irgendeine Voodoo-Kacke bald ab. Warum wird im Kühlschrank nicht gekauft? Vielleicht ist da was zu essen. Ich hab vielleicht Hunger. Aufschließen kann ich auch nicht. Eine Chemikalie kann ich nehmen. Federkissen. Von hier sind wir nicht gekommen. so jetzt haben wir hier v karte aufrufen ich drücke m m und v ok ja hier sind auf jeden fall noch einige häuser wo wir noch nicht drin waren einige häuser die wir noch nicht vollständig durchsucht haben also klar hier geht nicht hier brauchen wir die drehe ich aber hier ihr könnt noch irgendwas sein und hier rechts um die ecke auch direkt haben wir ja schießpulver kommen wir hier durch nein natürlich nicht warum auch von einer seite kann ich hier ich kann nicht hüpfen ich will immer hüpfen untersuchen etwas fehlt einmal vielleicht hier ist eine tür hier haben wir eine tür warum geht sie nicht auch brauchen wir mal hier diese komischen ziegen schloss dimitrescu zeremonienplatz nicht dahin kommen wir da überhaupt durch ich höre raschen kommen wir hier durch da haben wir hier mit kann man das lesen wir opfern diese wächter ziegen zum schutz des dorfes und seiner bewohner wer sie zerstört den möge der zorn mutter mirandas erteilen v akten v akten was akten mission ziele also das haben wir eingesammelt aussagen wächter ziehen wir opfern ist das neu kühlschranknotiz auch neu neu ja das haben wir alles schon gelesen gehabt ärztliche untersuchen das ist ja alles was wir eingesammelt haben das haben wir ja auch alles schon tagebuch alles klar okay habe eine errungenschaft gekriegt da steht ich habe eine zickel zu stellen jetzt wird mich mutter mir rinder veranda auf ewig verfluchen da liegt ja mal komm ich nicht rein na gut hier haben wir ein großes höllentor hier geht es wohl zum schloss ja 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 okay die grabscheine kann man überhaupt nicht lesen ok können wir da noch mal die ecke hier abchecken wo ich glaube hier ist auch so weit nichts mehr warte mal eva juni 19 9 bis august also zehn jahre alt geworden möge dein schlummer nur vorübergehend sein kann ich hier noch was lesen da kann ich noch was lesen das war nur blübchen das war nur blübchen das war nur blübchen na gut na gut na gut dann gehen wir mal hier durch das sieht wichtig aus hallo vater ich habe gesündigt jungfern fragment guckt ihr mich an wer gruselig ne sollte unglück über das dorf hineinbrechen finde die zwei relief fragmente eines in der kirche eines bei die lucians haus da ist lucians haus da ist dort andere ding kirche sind wir ja jetzt gerade oder wir sind ja gerade in der kirche das heißt wir müssen am friedhof vorbei in das große gebäude also theoretisch hier irgendwo da Schreibmaschine! Anschreibmaschinen können ihr speichern! Mein Mod hat auch schon mal gespielt. Jetzt spiele ich. Und das war Folge Nummer zwei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass ein Abo da, lass ein Like da, schreibt ein Kommi. Bis dann, haus rein. Tschüss!